Ihr dachtet etwa echt, ich singe heute? Willkommen, willkommen hier bei diesem Video. Ja, es ist ein Intro wie bei Alex, aber das ist mir egal. Und damit willkommen hier zu Out of Context Nummer 6, MC Medieval Style. Bevor die Folge wirklich startet, möchte ich euch noch was verteilen. Diese Folge wird wie immer chaotisch sein und ich hoffe, ihr habt einfach Spaß dabei. Und ich mag Kartoffeln. Mimi, ich habe noch was für dich. Vielleicht kannst du mit was anfangen. Warum? Vielleicht kannst du was damit anfangen. Frauensachen. Ich habe nichts damit an... Nee, Frauensachen. Nein, nein, nein! Oder du isst sie einfach. Mir ist der Apathit vergangen. Ich klatsche nicht sowas von weg, ja? Ich wollte dir nur mal eben sagen, dass du das Größte für mich bist. Und sicher gehen, ob du denn dasselbe für mich fühlst. Für mich fühlst. Wow, warum kommst du denn her? Ich habe kleine Hände, kleine Füße. Ich bin eine kleine Person, aber ich habe einen wirklich großen Kuck. Slap mich harder. Daddy! Oh nein! Nein! Wir haben ein neues Maskottchen. Es ist sehr schleimig. Es möchte was von dir. Irgendwann mal bist du groß und stark. Nein, ich mag es nicht schleimig. Was willst du denn hören? Der Rattenmann ist umgekippt da hinten. Es tut mir leid, dass ich sehe, aber ich habe gerade... Der Rattenmann ist umgekippt. Er ist gerade umgekippt. Er ist gerade umgekippt. Warte, noch ein Bett? Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Ja, außerdem habe ich meinen Bogen gerade verstärkt. Der heißt der Brutinator-Bogen. Der Brutinator-Bogen. Also unberührt ist er jetzt nicht. Bitte? Achso, meinst du den Kuss zwischen mir und Taim und den Schmatzer auch von Takeru, oder? Was? Freundschaftlicher Schmatzer auf die Wange. Achso, ja. Takeru, Takeru. Weil meine Lippen gehören nur dir. Oh. 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 Okay, Takt-Times-Reim. Es war einmal ein Knoblauchbrot, das dachte, es wäre rot. Doch das war es nicht, denn eigentlich war es ein kleiner Wicht. Aber nichtsdestotrotz hat er auf den Boden gerotzt. Aber das geht nicht, denn es war nur ein Brot. Ende. Knoblauchbrot, du Knoblauchbrot. Du bist zwar tot, doch machst mich ganz rot. Ich denke nur an dich, doch auch an so vieles. Auf das du mir hilfst aus diesen Krisen. Knoblauchbrot, oh Knoblauchbrot. Du bist meiner Inspirationslosigkeit tot. Sehr schön, sehr schön. Wahrlich ein Genuss. Ich danke euch vielmals. Oh, Michael. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.